Oh, das ist ja schön, Sepia-lastig. Oh, ist das schön, ja. Liebe Leute, willkommen bei Farmville Wurms Version. Ich muss, was soll ich, was muss ich machen? Ich weiß das nicht. Moribum. Das ist, das Spiel ist Überlebender. Ich weiß nicht, was... Okay. Ich weiß wirklich nicht, was hier los ist. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen experimentierfreudig und... und wähle einfach verschiedene Spielmodi nach und nach. Aber ich weiß nicht, was die bedeuten. Und erfahrungsgemäß klappt das schon ganz gut. Ja, in der letzten Runde hat tatsächlich ein Überraschungsgast gewonnen. What? Ja, das war es dann wohl. What? Du hast mich getötet. Du hast... Bin ich jetzt raus? Weiß ich nicht, du bist eigentlich dran. Hallo? Jetzt bist du dran. What? Ach, da steht ja noch was. Hä? Hä? Moment. Also, meine Vermutung ist, dass jetzt immer die Wurmer des Teams einzeln reingelassen werden und wenn einer keine mehr hat, dann ist es vorbei. Nein. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Aber ich war ja auch in der vorherigen Runde schon nicht so ganz richtig mit der Einschätzung. Aber das klingt immer so logisch, was du sagst. Das klingt logisch, aber ist es dann nicht. Was ist das? Was macht das? Aua? Oder? Ähm, ich weiß das nicht. Ich will mich mit seinem Käse da abschießen. Ich probiere es einfach mal aus. Oh, das ist ein... Oh, Pfeil und Bogen. Ne, doch mal nicht. Oh, was? So, ist das dein Ernst? Was ist das denn? Was passiert hier? Ist los. Voll gut. Ach, das tut mir leid, das passiert mal. Ja, das kann jedem mal passieren. Das ist nichts Schlimmes. Oh, das ist aber hier eine gefährliche Position. Da muss ich aber mal wegkommen. Ne, einfach springen nach vorne weg. Ist immer safe. Doch. Komm schon, Trefion. Trau dich. Trau dich, sei ein Mann mit Hut. Oder Bart. Schnäuzer vielmehr. Oder beides. Es gibt unglaublich... Also, der Trend ist jetzt gerade... Ui. Ui. Der Trend ist jetzt... Ui. Warum tust du das? Ich kriege dein Herz. Probier einfach nochmal. Oh, Feil, Feil. Aber der Trend liegt jetzt wirklich darin, dass alte Männer einfach mal... Immerhin sehr gut. Sich einfach einen Cowboy-Hut aufsetzen, ne? Und dann sind sie cool. Oh mein Gott. Ja, meine Birne ist halt ein bisschen zu groß, ne? Oh mein Gott. Die Daumen hoch macht der Wurm noch. Ich schlau, es geht los, du. Ja, aber du hast Schaden gekriegt, so. Das ist so eine Olle. Das gibt's ja wohl nicht. Alter, Kamera, please. Tu doch mal irgendwas. Jetzt werde ich ja nicht von so einer Ollen runtergeschubst, ne? Ich weiß es nicht, ich hab da irgendwie... Nee, du hast richtig weggebumst. Lass das. Du hängst von den Pilzen. Nein! Oh, ich sehe schon ein gutes Ziel. Nein! Oh Mann! Warum? Moment, zieht das nicht mehr auf? Warum? Passiert, wenn ich den da benutze. Da wird passiert wahrscheinlich nichts. Da langweilig. Och, nü. Das schubst ihm ins Auge, oder was? Kriegst mir die Augen auf. Oh, okay. Okay. Das war genau das, was ich gerade machen wollte. Ja, das hat aber bei dir nicht funktioniert. Bei mir sah das nicht ganz so gut aus. Das stimmt, ne? Der Esel hat das perfektioniert auf jeden Fall. Oh, guck mal, der Maus steht direkt hinter mir. Das ist nicht gut. Warum sponst du denn jetzt direkt von hinten? Ja, ja. Jetzt kommt die Rache. Was haben wir denn hier, Fahre, Nis? Wir haben hier bestimmt... Oh, der kann's two in a row, weißt du? Ja, ja. Two in a row, wenn er's richtig anstellt. Na, ihr wisst, mit wem ihr sprecht. Na, na, na. Na, 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 na. Banane. Oh, was? Ah, ja. Schicker. Das klingt schon wieder so, wie jetzt hätte sie nix auf die Reihe gehen. Oh, dann, Moment. Müß, Banane. Ne, ging so. Ging so. Aber gar nicht so schlecht. Also, du hast was getroffen. Ja, du hast mich angefurzt. Das fühle ich jetzt nicht so schön. Oh, ihr seid ihr... Kotzt ihr rum, oder was? Ja, jetzt, ähm, bin ich grün. Du hast mich wieder mit deinem Giftfolge geschwängert. Das find ich nicht so toll. Isa, du weißt, wir müssen uns fortpflanzen. Und wenn es nur auf diesem Weg passieren kann, dann eben nur auf diesem Weg. Aber ich hab dir gesagt, ich mach dir ein Baby. Der Mann über seine blöden Versprechen hält. Ach, das ist schrecklich. Moment, das bedeutet, ich kriege mal eine Million. Was? Ach, das war's gar nicht, du. Nee, das war ich nicht. Nein, nein, nein. Mit 18 hast du eine Million D-Mark auf deinem Konto. Ich glaub, das sind so Versprechen, die die Väter in den 90ern machten. Wow. So eine Olle ist jetzt dann doch mal ab, ne? Ist einfach weg, ne? Kommt die wieder? Kommt die wieder? Oh, spaw nicht. Oh, spaw nicht. Oh, das ist ja spawnend. Ähm. Wann gewinnen wir eigentlich? Wenn alle unsere Würmer tot sind. Ja. Hm. Hm. Ich glaub, da musst du erst... Ach, egal. Pff, pff. Das ist voll schön. Mann, aber ich hab was getroffen, das ist doch gut. Wow. Verdammt mich. Aber der Versuch war nicht schlecht. Das war echt fancy. Und du hast schon drei Schaden gemacht. Mit viel Flugbräketen. Mit einer Vorliebe für Veganer. Nutri-Fion verliert. Nutri-Fion verliert am Balken. Ja, meine ist jetzt tot, weil er hat ja die da weggemacht. Die ist ja jetzt... Das war ein Abtreibungsprozess. Hä? Die andere, die neue ist ja jetzt nicht. Das... Ich versteh gar nichts mehr. Dieser Spielmodus ist vollkommen verrückt. Der Wurm stirbt, nächster Wurm spawnt. Ja, das hab ich verstanden. So ne Olle ist jetzt halt leider tot. Ja, das hab ich auch verstanden. Und da ist jetzt so ne andere. Okay. Wie von der Ecke. Aber ich weiß nicht, warum bei Trefion die ganze Zeit der Balken runter geht. Aber bei den anderen nicht. Bei dir und mir. Naja, weil ich vergiftet war. Das ist der aktuelle Wurm immer, oder? Das ist wahrscheinlich der aktuelle Wurm. Das ist der aktuelle Wurm. Mein Kopf tut weee. Das ist so kompliziert. Warum muss das so schief liegen? Jetzt ist den Kopf schief gehalten. Das war echt verrückt, ja. Komm, den hol ich jetzt mal da runter, da oben. Wie mach ich das am besten? Zieh es so? Rakete? Also wenn du ein Superscharf hast, dann kannst du das werfen mit linker Maustaste und mit linker Maustaste fliegt es dann hoch. Das Superscharf, das speichert mir für Schwerisches auf. Ne, das kannst du weitermachen. Also das gibt es nicht nur einmal. Du kannst es immer wieder und immer wieder. Du kannst natürlich auch das Fass explodieren lassen und ich heule. Weil ich entweder tot bin oder... Was? Du schießt... Oh! Oh! Wow! Moment, wow! Trifon! Hast du trainiert? Ich hab das Spiel gerade erst runtergeladen, also nein! Warum ist der so viel besser als wir und wir haben das schon Runden gespielt, Isa? Weiß es nicht! Oh Gott, das war aber knapp! Alle so? Jetzt muss ich mich gerade mal... Sind alle so gut in diesem Spiel? Nur wir nicht? Jo. Jo. Ich sag akzeptiert. Jo, klatsch. Aber ich dürfte jetzt nicht mehr so viele haben. Nee. Also eigentlich mehr so... Null? Na, nee doch. Du hast doch noch ein Herbert. Der Herbert ist doch noch der... Ich weiß doch nicht mehr, wie meine Vlamour heißen. Der Herbert! Und der Heinz und der Horst und der Heinrich. Hä? Was? Hä? Hä? Oh, okay. Hä? Okay, was auch immer. Das ist immer eine große Möhre. Danke. Oh, entschuldige, du hast gar nicht mit mir gesprochen. Da ist Herbert und da ist die von dort. Oh, hab ich dir von Herrn Kopf geworfen? Oh, das war schön. Ja, gut, dass ich ein Gummischädel habe. Ja. Oh, dass das da kein Loch ist und die da genau daneben steht. Das war mäßig erfolgreich, aber witzig. Ich kann das Spiel nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich bin immer froh, wenn ein Wurm direkt neben mir spawnt und ich einfach dann so den Knüppel nehmen kann, weißt du? Das ist schön. Ach. Obwohl es halt ganz lustig ist, weil es einfach mal was anderes ist. Die Spielmodi sind halt auch toll. Einfach mal einen anderen Spielmodi haben zu können bei Worms, finde ich auch ganz super. Es gibt so viele Maps hier. Oh, der Mann holt seine Banane raus. Wenn Trefions Banane zuschlägt, dann war's da. Immer in den Erdbeben und so, wisst ihr Bescheid, ne? Das hat fast geklappt. Oh, okay. Das ist gut zu wissen, ich sehe mich jetzt erst wie die... Das passiert jedermann mal, da musstet ihr keine Gedanken drüber machen. Nee, nee, das ist okay. Alter, was ist das da für eine Kistel, Insel? Was ist das insel? Wenn jetzt die Miele da auslöst, ne, dann... Nein, nein, tut sie nicht, die sind alle inaktiv. Die sind alle super inaktiv. Genau, okay, am besten mal ein paar Schritte drauf zu. Genau. Ähm... Oh, kann das? Kann ich das? Oder treff ich dann auch die Moe rüber? Treff ich dann auch die Moe? Ich weiß nicht, ob das Platt so... Ach, verdammt. Weißt du, echt? So, jetzt, äh... Ach. So ist gut. Hallo, na? Oh, juhu! Juhu! Sehr gut. Ich hab dich gegen die Möhre geschleudert. Oh, das ist ein Paket, das holst du dir jetzt bestimmt und dann fällst du aus Versehen rein. Okay. Ich werde fremdgesteuert. Ja, Psychologie. Ich werde fremdgesteuert. Was zur Hölle? Hast du gerade gemacht? Oh! Bitte nicht mich, bitte nicht mich treffen. Bring it on! Komm schon, komm schon, fight me, bitch, fight me, fight me! Was ist das? Was? Na toll. Ach du Scheiße. Oh! Mr. Summer! Holy shit! Bring me a donkey! Aber ich wäre fast auf der mittleren Insel gelandet. Richtig. Ich hab's gesehen. War nur fast. War das dein letzter? Let's swim? Ich glaub, das war der letzte Wurm jetzt. Was ist dein letzter Wurm? Oh, Drehfjorn. Das war der letzte Wurm. Ich bin raus. Oh nein. Und dann darf ich mir mal anhören, dass ich so toll bin in dem Spiel. Ja, ganz ehrlich, wenn Isa und ich... Oh, Isa, das war gemein. Das war alte Hooligan-Art hier. Aber wenn Isa feststellt, dass du gut zu Baseborn bist und ich stelle fest, dass der Esel ganz gut auf deinen Kopf fallen kann, dann passiert sowas, Drehfjorn. Dann, dann... Das ist ja auch eine tolle Position da. Wo bist du eigentlich? Das Glück ist halt mit den Dummen. Wo, wo ist Isa? Psst, nein, 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 da bin ich nicht. Ähm. Nein, nein. Ähm. Ah, naja. Angst. Oh. Und... Isst du auf? Oh. Nochmal. Nochmal. Nein, 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 nein. Nein. Aber... Oh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich mag nicht schwimmen gehen. Ich habe mich heute schon gewaschen. Glaube ich dir nicht. Verdammt. Ich glaube, ne. Ähm. Was ist? Bring doch einfach ins Wasser, Isa. Ja, nee. Ich wollte noch einen Blowjob abholen. Doch. Nein, das... Oh, hier? Aha. Ha? Alles gut. Oh, 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 das sah... Oh! Oh! Okay. Das ist äh... Nein! Ich glaube, Isa hat jetzt gewonnen. Hast du jetzt gewonnen, Isa? Glaub ich schon. Ja. Aha, aha. Oh mein Gott. I like it, aha, aha. That's the way, aha, aha. Das hast du gewonnen, siehst du? Eine kaputte Insel. Herzlichen Glückwunsch, Isa. Aber voller großartiger Möhren. Geil. Mhm. Geil. Ja, Hanina Bello gewinnt das Spiel. Mhm. Das finde ich gar nicht so gut. Was soll das? Nee, es ist auch... Nee. Es ist seit langem... Ich glaube, ich hab bei Forms irgendwie bis jetzt... Kannst du an einer Hand abzählen, wie auf die Gewunder. Äh... Jetzt könnt du mal sehen, wie schlecht ihr seid. Äh... Ohohohohohohohohoho. Neatrevion hatte hier alles gerockt. Ja. Ja, sieht man eine Null da an meinem Namen. Dass ich sehr... Boah, hier. Ich hab voll mitgerockt. Isa, 5 Kills. Präzision 100%. Ja, ich kann das. Richtig, richtig fett. Bevorzugte Waffe, Baseballschläger. Wie oft habe ich die Splitterbamme genutzt? Einmal? Ja, ich glaube. Okay. Hast du halt das meiste mit angerichtet? Egal. Ich glaube, damit habe ich einen Schadenspunkt angerichtet. Ja. Ne, das war doch ein sehr lustiger Modus, den fand ich sehr gut. Ja, das nächste Mal gewinne ich. Das hast du jetzt festgestellt, ja? Ja, festgelegt. Festgelegt, gut. Ja, weil wir haben doch immer unsere, die Videos sind noch geskriptet. Ach, richtig. Ja, stimmt. Und jetzt schreibe ich ans Ende, Franz gewinnt. Okay, gut. Gewinnt, 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 gewinnt. Na, das werden wir ja sehen das nächste Mal. Du dann nicht, Trifion, ne? Ja, ich kenne das schon. Na dann, macht's gut und immer schön die Möhrchen essen. Richtig, das ist gut für die Augen. Nee, mit dem Mund isst man die. Oh Gott. Okay, ich sag dazu nichts. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein, nein. Tschüss.